Ich habe an dem Seminar teilgenommen, weil ich gerne im liberalen Umfeld über Frauenthemen sprechen möchte und mit anderen liberal orientierten Frauen darüber reden möchte. Ich fand die Hinweise von Frau Sachs exzellent und auch die Hinweise aus dem Wahlkampf von Frau Dr. Jasper Winter haben mir schon einige Einblicke gegeben, die man vielleicht so, wenn man nicht unbedingt ständig hinter den Kulissen ist, nicht bekommt. Für meine persönliche Kleidung, es waren auf jeden Fall wichtige Hinweise dabei, die man auch mal mitnehmen kann, aber seinen eigenen Kleidungsstil muss man sowieso selber finden.